Grundnahrungsmittel eines Pferdes ist rohfaserhaltiges Futter. Das ist zum Beispiel Heu, Stroh oder Gras. Ein Pferd muss permanent rohfaserhaltiges Futter fressen, da ein Pferd dauerhaft Magensäure produziert und diese nur durch Speichel neutralisiert werden kann. Ein Pferd sollte je nach Rasse, Belastung und Jahreszeit circa anderthalb Kilo pro 100 Gramm Körpergewicht rohfaserhaltiges Futter am Tag zu sich nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017